Intuition ist Wissen, ohne bewusst zu denken. Sie ist nicht erlernbar. Sie ist die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte instinktiv zu begreifen. Sie ist ein Teil der Kreativität, unserer Kreativität. Wir bei Leitenberger stellen Geräte für die Mess- und Regeltechnik her. Unsere Geräte überwachen, messen, regeln und schalten. Bei der Entwicklung und Produktion unserer Temperatur- und Druckmessgeräte folgen wir unserer Intuition. Aus unserem Wissen ziehen wir intuitiv die richtigen Schlussfolgerungen. Innovation durch Intuition, seit über 40 Jahren. Intuition hat bei uns viele Gesichter. Wir bei Leitenberger finden Lösungen für Anwendungen in allen Bereichen, bauen Muster und entwickeln Prototypen. Bis alles passt. Bis hin zur Serienfertigung. Wir produzieren unsere Geräte einschließlich fast aller Komponenten selbst. Mit einer Fertigungstiefe, die selbst unsere langjährigen Kunden immer wieder überrascht. Durch diese Fertigungstiefe sind wir unabhängig von Lieferanten. Wir programmieren die Software unserer Geräte und bestücken die Platinen. Hier bei uns im Hause. Die Mitarbeiter, unser Know-how, intuitiv die richtigen Lösungswege zu gehen, sind das Herzstück unserer Entwicklungsabteilung. Aus diesem Herzstück entstehen unsere Ideen. Wie zum Beispiel unser Smart Pressure Gate. Die Überwachung von Kälteanlagen, die vorher umständlich war und lange dauerte, ist jetzt einfach und wird dadurch in kürzerer Zeit erledigt. Die Vorteile. Einfache Fernüberwachung. Einsparung von Montagezeiten und Material, übersichtlich aufgebaut, leicht konfigurierbar. Ein weiteres Produkt aus unserem Hause ist das Manometer. Komplett in Edelstahlausführung. Wie zum Beispiel das NH3-Manometer für die Petrochemie oder Kälte-Klima-Industrie. Unsere Geräte sind auf das Wesentliche reduziert. Einfach im Aufbau und doch in der Zusammensetzung der Komponenten innovativ. Vieles gefertigt in aufwendiger und präziser Handarbeit. Es sind oft die kleinen Lösungen, die für unsere Kunden viel bewegen. Individualisierung auf Kundenwunsch. Unsere Geräte kommen fast überall zum Einsatz. Dort, wo Mess- und Regeltechnik gebraucht wird, werden Leitenberger Geräte verwendet. Leitenberger Präzision Made in Germany ist in vielen Ländern gefordert. Etwa die Hälfte unserer Jahresproduktion geht ins Ausland. Wir exportieren in über 56 Länder. Bewegung ist die Grundlage für Weiterentwicklung und Fortschritt. Bei uns entstehen Impulse für Weiterentwicklungen und neue Produkte unter anderem auch direkt durch Anfragen unserer Kunden. Habt ihr da eine Lösung? Ja, haben wir, ist unsere Antwort. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit? Innovative Lösungen für die Mess- und Regeltechnik. Für die Einheiten Druck, Temperatur und Luftfeuchte. Die treibende Kraft bei uns bei Leitenberger ist die Freude, Ideen umzusetzen. Lösungen zu finden und immer wieder neue Geräte zu entwickeln. Innovation durch Intuition. Auch in Zukunft. Musik Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist die Freude, Ideen umzusetzen. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist die Freude, Ideen umzusetzen. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist die Freude, Ideen umzusetzen. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist die Freude, Ideen umzusetzen. Vielen Dank.